Servus, ich bin der Adelix. Ich mache hier meine Ausbildung zum technischen Produktdesigner bei Kessel. In den insgesamt dreieinhalb Jahren beschäftige ich mich vor allem mit Konstruieren und dem Erstellen von Zeichnungen zu Kunststoffteilen. Unter anderem sind meine Aufgaben auch das entwickeln von Prototypen, wie zum Beispiel beim aktuellen Projekt der Bohrvorrichtung für einen Geruchsverschluss. Hierbei sehen wir, dass Rippen eingefügt wurden auf die Grundplatte. Hierbei handelt es sich um die Bohrung hier, die dann später in unserem Geruchsverschluss sich hier wieder befindet. Hierbei benutzen wir die Messwerkzeuge wie zum Beispiel einen Messschieber für kleinere Bauteile oder auch einen Meterstab. Besonders gut gefällt es mir bei Kessel aufgrund des familiären Umfeldes im Unternehmen. Hier in der Entwicklung fühle ich mich sehr aufgehoben aufgrund meiner Teamkollegen, die mich sehr unterstützen. Wir freuen uns, dich hier bei uns in der Entwicklung begrüßen zu dürfen. Gerne kannst du dich bei uns bewerben und du kannst auch bei uns ein Schnupperpraktikum durchführen. Die Bewerbung kannst du carriere-kessel.de abgeben und den Link dazu findest du bei uns in der Infobox. Mach deine Ausbildung bei Kessel!